Hey Guinness! Active Blitz Mission hier auf Office Competitive, also nach wie vor Matchmaking Ich glaube, ich habe eine Geisel-Map noch nie im Matchmaking gespielt Office ist mir zum Glück bekannt, eben noch aus Source Ich guck mal kurz, ob hier auch noch nach wie vor alle Wege gleich sind, man kennt das ja Bei Global ist einfach alles irgendwie anders, überall sind Türen und neue Wege Also hier kann man nach wie vor rein, alles klar Hey, fuhr der Big Brasser oder was? Oh Gott sind die Terroristen dünn Der Killer hat einen Headshot Einen Aim-Bot Alter, wie der abgeht, der Killer, du, ist abnormal, oder? Ist das nicht krass, was der treibt? Ey! Der Türen! Ich habe gerade eben Sex-Kills gemacht Sex-Dick Tja, es scheint so, als wenn das ja nichts mehr werden würde Denn, äh, 15 Sekunden, hat er noch Zeit? Alter, wieder einfach mal 5 Minuten und 27 Sekunden meines Lebens verschwenden Was geht los? Come on, let's go Ich habe eben ein schlechtes Gefühl Aua Oh 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 Sorry, Bruh Ich wollte dich nicht blocken, oder was? You wrecked me Ich habe schon den Scouter noch weg geholt Da kann man nichts sagen Da kann man einfach nichts sagen So wie günstiger Fisch auf dem Fischmarkt Pfff, kannst du überhaupt nichts sagen Oh, hab ich dich gefressen Manometer hier, Kinder Man, 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 no Häm auf jetzt hier Die habe ich ja sowas von Lächer, von Nascht hier Die, die Nate gerade eben Boah Das ist eine unüberwindbare Festung hier im Moment Wir müssen irgendwo reinrushen Aber jetzt haben wir halt auch erst Waffen Also von daher, er chillt mal Der muss hier recht sein Also es scheint so, als würden wir sie jetzt gut im Griff haben Alter, da hockt Ich wollte grad sagen, wie ist das? Oh, ho, ho, ho I'm just broskiller Na, war schon gut, hab ich schon gut gemacht Ich bin halt noch echt ein, ein Tier Ich bin einfach ein Tier Muss man mal so sagen Sobald wir drin sind, wird gefickt, man, alter Junge Das wird später richtig fett so mit, äh, Granaten schmeißen Wisst ihr, mit, äh, Mollys und so Und sich abschotten Freue ich mich schon drauf Bisschen wie Zombie-Modus Nur, dass die Zombie schießen können Komm mal her, du Pisser Jetzt glattst du ihn weg Oh, ne Kopp, Junge Da ist er Oh, ho, ho, ha Ha, easy Jetzt hab ich endlich mal die Augen offen gehabt Und hab direkt einer gesehen Ja, block mich dann Fühl ich direkt scheiße, wenn ich so eklig geblockt werde, man Jetzt fangen sie nämlich an, wie, äh Oh Jetzt fangen sie nämlich an Casual zu spielen Und rennen rum und meinen, sie können uns irgendwie holen Weil eben die Camper-Taktik nicht mehr funktioniert Dabei muss man ja gerade als Terror ja natürlich darauf aufbauen, dass man diesen Vorteil hat Man muss sich nicht bewegen Was? Scheiße Fick die Wurst, Mann Komm, hier erzähl ich mal eine kleine peinliche Geschichte von mir, okay Und zwar dachte ich lange Zeit Dieses Klatsch-Or-Kick heißt Klatsch-Or-Kick Du klatschst, oder du bist gekickt Also von Klatschen, ne, in die Hände klatschen Oder die Leute wegklatschen Irgendwann in einem YouTube-Video habe ich dann geblickt Also weil der Überschrift Klatsch war Dachte ich mir AAAAAAAH Macht auch Sinn AAAAAAAH 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 Also wir haben vier Runden geholt Von den dreien, die ich prediktet Ja, prediktet habe ich sie Prediktet oder was, glaube ich Nein Dieser dreckige Lackermann So ein Glückspilz Als er mich gesehen hat Dieses Schweinchen AAAAAAAH ALTER Wer ihn noch gefickt hat Ich will einfach mal so richtig reinrushen bei denen Aber ist mir unmöglich Wenn ich hier so HURUCH UNZEHÖN Der vor mir ab, die rumblocken UAH Lapper mich nicht an Der hat den gedingsbumst oder was Der hat den gelasert Hast du den gesehen? Der hat den gelasert UAH NEIN Ich habe diese verfickte Waffe aufgehoben Und fange an nachzuladen Ey, glaubt ihr das war eine Verarsche von dem Hund? Dass er mit Absicht die Waffe dahin geworfen hat Das war eine Falle Die Runde nehme ich auf meine Kappe Die haben wir verkackt wegen mir Man muss ja mal was eingestehen Zugestehen Ähm, müssen Können Ich habe ein Rescue Kit geholt Ich... Torfnase Okay, zwei noch Ha! Ich habe die Hostage in die Hand genommen Geh mal fort! Ich habe da so eine dicke Hostage dabei Und trotzdem hat er die Waffe so Schmeißt die da so drüber Und hat alles noch im Gift Es ist halt ein großer MAU Es ist halt einfach ein großer MAU Kann man nicht sagen OHH Dieser Schrot findet Bock Alter Leute, letzte Runde Wow Oh nein Ich habe es genau gewusst Letters win this Aussage gemacht Damit Leute wissen Ähm, wo lang der Haas halt Nun mal zu laufen hat Da ist schon mal der erste Kick gefallen Nice Solange Lila nicht stirbt Wer ist Lila? Ähm Oh, er ist tot Och Mann Ey, zum Kotzen Weil ich nicht wusste Wie der Faschisten Lila und Hurtensohn heißt Konnte ich jetzt hier Ne, hab immerhin die Runde geholt Aber ich konnte nichts machen Also ihr habt die Prämisse gerade eben gespürt Ich sag's doch Solange Lila nicht stirbt Schon ist er tot Wer rechnet denn mit sowas, dass der stirbt? Wer rechnet denn mit sowas? Juhuuu Ich will auch noch nen Kill Juhuuu Ach wisst ihr, ich bleib lieber hinten bei den Geiseln Ich hol mir ein Feiergranat Feierwascht Haben sie auch Feuerwürste zu verkaufen? Ja Schmeiß mal nicht so viele Granaten Woah Wie sie auf mich schießen? Die schießen einfach auf mich drauf Das dürfen sie nicht Ich kack auf den Türknauf Aha So, ich komm nicht in ihr Haus Warum? Der Türknauf ist vollgekackt Ja, das ist meine Anti-Einbrecher-Methode Ich schmier einfach überall Scheiße hin Das wär nochmal ne geschickte Falle gegen einen, oder? Der Einbrecher versucht die Tür oder irgendwas auszuheben Und sobald er das schafft Klatscht ihm so nen Haufen Scheiße ins Gesicht Oder so Farbe, die nie wieder abgeht Er ist für immer lila oder so So wie mit, äh, wie war's nochmal Also ich bin ja, ähm, Chemiker, sag ich mal Also hab eine Ausbildung Eine, eine Chemieausbildung hinter mir Und auch ein bisschen Biologie Und auf jeden Fall Ah, fuck Ich weiß nicht mehr, was war's denn? Kaliumpermaganat, glaub ich Ich glaub es war, ja, ja, ja Das war ein krasser Scheiß Oder war's das? Ich glaub schon Wir haben damit gearbeitet Und man bekommt dann die Finger Das ist so lila dann Und es geht irgendwie nie wieder ab Also du wäschst deine Hände ganz oft Und es verschwindet dann erst Tage später Also wenn du's nur mit Wasser versuchst Und sowas wär edel, oder? Purple, purple, don't push, Blair Don't push, Blair, purple, Blair, da Vodka, vodka, vodka I don't push, I'm not purple, but I'll give you my mother of purple Wenn sie sauer sind, die Russen hören sich an wie Italiener Purple, don't push, ah Ah, Mario, Luigi, Bambino, Spaghetti No, 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 no Ah, haha, oh fuck, man Hab ich schon gut gemacht, ja, ja, увер Oh, woah Immer wenn ich ja ABAB такой bin Oh mein Gott What? So ein Pisser, Mann, der geht durch Monty's Mount Hopmänner, komm, den letzten holt euch noch Ich hab jetzt schon schlecht abgeschlitten In diesem Spiel, aber wir haben sie gepimmelt Ey, warte, da geh ich mir mal Ich denke, AK rückt immer näher, oder? Danach kommt AK Vorhin hab ich geil gepimmelt Vorhin hab ich's geil geklatscht, oder? Mit der AWP, ne? Auf jeden Fall, Daumen hoch geben dafür Mann sieht sich Bis da, äh, äh, bis da